So Leute, einen wunderschönen guten Abend meine Lieben. Hallo. So, da haben wir uns Mittwochabend kurz nach 20 Uhr. Mal das Mikrofon hier so einen Tacken weg machen, zack. Und schon sind wir zusammen hier schön in geeinter Vielsamkeit. Man kann ja nicht sagen Zweisamkeit, das funktioniert ja nicht. Schön hier im Stream zusammen. So, ich gieße noch mal was zu trinken ein. Die Hündin tippselt sich hier einen zurecht. So, jetzt sind wir, denke ich, ready to rock. So. So, meine Lieben, wie geht es euch? Habt ihr das die Woche gut überstanden? War alles im Rahmen bei euch. Warte angeln, habt da dicke Fische gefangen. Seid ihr hoffentlich gesund? Also, das sind so die wichtigsten Fragen. Ich hoffe, euch allen geht es gut. So, bevor tatsächlich der Stream losgegangen ist, hat sich TutiTutra gedacht, komm, 100 Bits schießen wir nochmal raus hier für den Max. Also, an der Stelle TutiTutra. Fühl dich gedrückt. Ja, ich habe gerade schon die Benachrichtigung bekommen, dass du unterwegs warst. Oder dass du mir Nachrichten geschickt hast. Die werde ich natürlich gleich zeigen. Ich habe auch nochmal wieder ein paar schöne Fangberichte. Ihr könnt euch, denke ich, denken von wem. Richtig, vom Mike. Der hat auch wieder Gas gegeben. Und der Dennis hat auch ein Foto eingeschickt. Wie er unterwegs war. Also, davon denke ich später im Stream noch ein bisschen mehr. Dann zeige ich euch die Dinge gerne. Und dann seht ihr, was hier auch bei meinen Angel Buddies hier abging im Laufe der Woche. Ja, aber gucken wir erst mal durch. Wer hat sich hier mit uns zusammen gerottet, um am Stream teilzunehmen? Wir gehen einmal ganz fix durch. Ich denke, es wird wie immer. Gleich werden noch wieder einige nachkommen. Aber ihr wisst es. First come, first serve. Jeder kriegt hier seine persönliche Begrüßung. Mit am Start sind der Xiaomi-Angelt. Udo, Udo, natürlich. Udo Rohrbeck ist auch wieder mit am Start. Das für mich ganz besonders freut. Udo, fühl dich gedrückt. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen. Welcome back quasi hier im Stream. Unser lieber Audis Smurf ist mit dabei. Casino Sanks ist mit dabei. Krisa 82. D-Lot X ist mit am Start. D-Lot X würde ich sogar vielleicht nennen. Dennis Borowski. Duck Goose. Owitz ist mit am Start. Fanglos. Fishing Matti. Henning Osin. Im Melly Twitch ist mit am Start. Der Lukas-235- Unterstrich. Martin Oell Fishing. Mats Trout Area. Mike Fishing Guides. Ihr kennt ihn. Der Mike, der mal kräftig für euch in die Tasten haut, damit ihr ein paar schöne Guides an der Stelle bekommt. Der Micha 5458. Hier unser Mensch mit dem großen Sparschwein. Häufiger für mich. Der Niki Yo ist mit am Start. Ralf Dresler Emi E46. Der Sascha der Angler ist auch mit am Start. Sascha der Angler. Okay. Auch nicht schlecht. Neue Name hier. Spike Trap Claire ist mit am Start. Titz Cloud. Foto Oberhausen ist wieder mit dabei. Der Zwiebel. Tuti Trotter, wie vorhin schon erwähnt. Uwe Jahr und Vigor Protz. So. Das sind die Leute, die sich hier heute Abend aktuell Stand jetzt mit im Stream befinden. So. Gucken wir mal rein. Xiaomi Angel schreibt es auf einen erholsamen und spannenden Abend. Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall. Prost schreibt schon einer. Ja, hier. Prost zurück. Unser lieber Henning Rosin. Er lebt wieder auf der Sonnenseite. Der grüßt aus Dänemark. Das freut mich besonders. Dann haben wir noch Martin Noel Fishing. Schreibt auch guten Abend. Udo Rohrbeck Abend. So. Fishing Matti ist auch mit am Start. So. Mike schreibt schon. Hallo, ihr Fischverrückten. Ja, unglaublich. So. Xiaomi fragt auch direkt. Meine Standardfrage. Wer war alles am Wasser? Egal auf welche Fischart. Wart ihr erfolgreich? Ich hoffe doch, dass der eine oder andere schön unterwegs war und was gefangen hat. Das ist mir natürlich toll. So. Mike Fishing Guide schreibt. Community Service. Ich habe das Thema Vakuumbeutel nochmal optimiert. Für mich sind nun Vakuumbeutel 20 mal 50. Jetzt das optimale Maß. Für normale Portionsforellen. 1 bis 3 Stück. Und Forellen bis 1 Kilo. Bin jetzt also von 50 Millimeter Länge weggegangen. Was? Bin jetzt also von 50 Millimeter. Er wollte schreiben. Ich bin jetzt auf 50 Millimeter gegangen. Vorher 600. Die Breite 200 hat sich bewährt. Ja. Das ist doch schön. Das ist doch ein guter Community Service. Also Leute. Wer von euch 1 bis 3 Forellen. beziehungsweise Forellen bis 1 Kilo hier einfrieren möchte. Mike sagt 200 mal 500 Millimeter. Sprich 20 mal 50 Zentimeter. Oder für die Meterliebhaber 0,2 mal 0,5 Meter. Der ist hier passend aufgehoben. So. Oder wer es noch anders haben möchte. Gerne mit einer Gesamtgröße von 0,1 Quadratmetern. So. Fragen? Nein? Wunderbar. Dann passt das Ganze. Ja. Das ist doch eine sehr schöne Geschichte. So. Xiaomi Angelt frage. Ich suche ein gutes Messer, um aus einem kalt geräucherten Fisch schöne dünne Streifen zu bekommen. Was könnt ihr mir da empfehlen? Jetzt muss ich gucken, wie man es schreibt. Aber ein Tranchier-Messer nimmt man quasi. Oh. Xiaomi Angelt schreibt auf das mir demnächst mal ein Gin Tonic. Was? Gott. Das ist immer mit diesen Emojis da mit drin. Das ist ein Wahnsinn. Auf das mir demnächst mal ein Gin Tonic kredenzt. Aha. Auf das du mir demnächst mal ein Gin Tonic kredenzt. Öh. Kann passieren. Ich bin zwar nicht so der Alkohol-Liebhaber. Wisst ihr ja vielleicht. Aber mit Sicherheit lässt sich da mal was am Gin Tonic drehen. Mein lieber Xiaomi. Das ist doch kein Problem. So. Ich muss mal gucken. Ähm. Ich gucke mal eben, ob ich das Messer für dich finde. So. Ich gucke mal gerade. Mein lieber. Wie gesagt, das ist ein Tranchier-Messer quasi. Dafür ist das Ganze perfekt. Äh. Ich finde es nicht. Äh. Du kannst die verschiedensten Messer dafür nehmen. Aber ich finde halt die Geschichten immer am besten. So. Hier. Schirmmesser vielleicht so. Keine Ahnung. Ey. Das ist echt. So. Ja. Aber da sind auch nicht die richtigen Messer bei. Ich gucke mal lieber Xiaomi. Aber ist auch nicht das Richtige. Also ein typisches Tranchier-Messer ist es halt eben nicht. Ähm. So viel kann ich verraten. Sondern es ist quasi ein Messer. Sieht so ein bisschen aus wie diese Döner- beziehungsweise Gyrus-Messer, sage ich mal. Das ist so ein relativ langes Messer. Sehr dünn. Häufig beidseitig geschliffen. Vorne eine runde Spitze. Also keine Spitze, sondern eine Rundung vorne. Und damit kannst du perfekt solche Geschichten schneiden. Weil es ein sehr dünnes Messer ist. Ein sehr flexibles Messer ist. Ähm. Das ist eigentlich sehr gut geeignet. Das ist im Übrigen auch perfekt geeignet, wenn du einem nicht geräucherten Filet die Haut gerne abmachen möchtest. Damit funktioniert es sehr, 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 sehr gut. Oder auch wenn du sagst, du möchtest gerne die Brustgräten. Aber auch Gräten heißen ja viel mehr, ne? Runterschneiden. Dann ist das auch die passende Geschichte. Also. Kann ich dir nur empfehlen. Wie gesagt, sieht so aus wie so ein Döner-Messer. Sage ich mal. Ich muss mal gucken, ob ich es vielleicht auch unter dem Begriff finde. Mann, 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 Mann. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, ne? Vom Prinzip. Ja, vom Prinzip her sieht das so aus. Aber ich zeige es euch. Das heißt definitiv nicht Döner-Messer. Da gibt es einen festen Begriff für. Aber ich zeige es euch einfach mal. Wenn ihr einfach mal Döner-Messer eingebt, quasi. So in der Art hier sieht das aus. Ich würde zum Beispiel eins von Dick. Bitte nicht genau das kaufen, weil ich, wie gesagt, den genauen Begriff nicht kenne. Aber so sieht das Ganze quasi aus. Ganz, ganz dünne Klinge. Vorne stumpf. Das ist, weil du brauchst keine Spitze bei solchen Tätigkeiten. Das ist einfach Quatsch. Da machst du mehr kaputt mit, als du gewinnst. Und dann, wie gesagt, meistens oder häufig beidseitig geschnitten. Einen coolen Schliff hier kann man auch mit drin haben. Das sorgt quasi dafür. Das kennt man vielleicht auch als so ein Käse-Messer. Oder von den Käse-Messern. Das wird quasi damit zu tun, dass ihr nicht so viel Auflagefläche vom Messer auf dem Stück habt, was ihr schneidet. Wenn es erstmal geschnitten ist. Aber hier die Schneide halt eben quasi nicht so viel auflegt. Und dadurch das Stück, das ihr schneidet, quasi nicht haften bleibt. Deswegen diese Rillen, beziehungsweise Kuhlen hier drin. Ja. Weil wie gesagt, vom Prinzip her sieht das Messer, was ich dir empfehlen kann, genauso aus. Damit funktioniert es wirklich gut. 55 cm, also so einen riesen Okulyten brauchst du dafür jetzt nicht. Aber wenn das so 30, 35 cm hat, ist das schon perfekt. Wie gesagt, das heißt nicht Döner-Messer. Es hat einen anderen Namen, aber damit geht es definitiv perfekt. Alle schon mehrfach ausprobiert, mehrfach gesehen bei anderen Leuten, für gut befunden. Von daher guckt da mal ein bisschen. Ich gucke mal, ob ich sie auch irgendwie woanders finde. Das gibt es auch gar nicht. Ja, aber wie gesagt, mit so einem Messer, Xiaomi, kriegst du das bestens gelöst. Den Tipp kann ich dir da nur geben. Viele machen es halt auch mit einem ganz normalen, für die Tiermesser in Anführungsstrichelchen. Das geht auch. Hauptsache schön dünn die Klinge. Flexibel und völlig scharf. Das sind so die wichtigen Sachen. Dann funktioniert das eigentlich relativ gut. Ne, finde ich jetzt nicht. Aber ist ja auch egal. Ich denke, ich habe es erklärt, ein Bild gezeigt, wie es aussehen kann. Damit solltest du ja was anfangen können. So. Leider viel Arbeit zur Zeit. Ja, kenne ich. Ich bin auch nur noch am Arbeiten. Geht nochmal nach Wild und am 31.10. angelnd mit dem ASB-Team in Kaisersberg. Matti, ich schätze, ich könnte vielleicht gute Nachrichten für dich haben. Mit ein bisschen Glück bin ich am 31.10. auch mit dabei. Also bisher musste ich wirklich für diesen Termin passen. Kamera sitzt richtig. Okay, ich dachte gerade, die sitzt nicht richtig. Und mit ein bisschen Glück, Matti, kriege ich es hin. Ja, also von daher. Das wäre doch schön, wenn das Ganze funktioniert. So, und jetzt schreibt es einer hier. Guckt euch das an. Sascha, der Angler hier, hat es geschafft. Er hat es reingeschrieben. Lachsmesser heißt es. Hier, das ist definitiv, das sind die richtigen Messer. Lachsmesser. Sucht bitte nach Lachsmesser. Das hier sind sie. So sehen die Teile aus. Perfekt. Damit klappt das tausendprozentig, wie der Name schon sagt. Perfekte Länge siehst du jetzt hier auch. Und dann kannst du dich für ein Fabrikat entscheiden, das dir am meisten zusagt oder das Preis-Leistungs-mäßig gut passt. Aber wie gesagt, Lachsmesser ist der Begriff. Dankeschön. So, und Toto Oberhausen. Denkt sich, guck mal, der Max braucht ein bisschen Support. Folgt hier rein. Lobel, Nobel. Vielen lieben Dank dafür. Heute habe ich es aber auch im Quatsch. Unglaublich. So, Michael Fishing, Frage an Max. Passende Frage zur Ferienbemerkung. Vakuumieren. Verwendest du eigentlich für die Lachsfilets die sogenannten Lachsbretter? Und wenn ja, was kannst du empfehlen? Nein, benutze ich nicht. Tatsächlich macht allerdings Sinn, sich so ein Teil zu kaufen. So ein Lachsbrett. Bei den meisten ist nur das Problem, das hält er nicht vernünftig. Also was ist ein Lachsbrett, Leute? Ich weiß nicht, ob es jeder von euch kennt. Aber die Frage zielt darauf ab. Also zeige ich es euch gerne. Er meint tatsächlich, so ein Brett schätze ich zum Filetieren. Ein vernünftiges Bild gibt es nicht. Da sind doch welche. So. Ich schätze, der Mike meint sowas hier. Quasi ein Brett, wo du hinten die Schwanzflosse des Fisches dran machen kannst. Beziehungsweise, wenn du komplett am Filetieren bist, kannst du eben auch hinten, ich sag mal, diesen Schwanzflossenansatz dort mit reinpacken. Wenn du die Filets zum Beispiel schon runtergeschnitten hast. Das heißt, macht Sinn, sich so ein Ding zu kaufen. Definitiv. Was alternativ sehr gut funktioniert, wo ich auch schon gute Erfahrungen mitgemacht habe, ist ein Stück Kunstrasen. Das Problem ist, auf einem normalen Brett, die Filets gehen hin und her. Das ist nicht so hundertprozentig. Aber mit einem Stück Kunstrasen tatsächlich funktioniert das Ganze sehr gut. Weil der lässt sich auch sehr gut abwaschen. Und damit funktioniert es sehr gut. Darauf könnt ihr auch die Sachen vernünftig schneiden. Ich gucke mal gerade. Da gab es auch mal ein Video zu. Jawoll, hier seht ihr es. Ich blende mal wieder rüber. Das ist quasi das Video hier von den Jungs bei mir aus dem Team. Und die zeigen es quasi. Ja gut, die Mucke brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Aber hier seht ihr es zum Beispiel, wie man richtig zum Beispiel die Bauchgräten entfernt. Mit einem Filetierkamm. Mit einer Filetiergabel quasi. Die findet ihr auch unter dem Begriff Imkergabel. Ich weiß zwar nicht warum, aber es den heißt so. Damit könnt ihr das Filet dann vernünftig halten. Und dann tatsächlich auf so ein Stück Kunstrasen. Ein sehr, sehr guter Untergrund für solche Geschichten hält das Filetier wirklich sehr gut drauf. Rutscht nicht groß rum. Ihr könnt mit einem vernünftigen Filetiermesser, wie ihr hier seht, die Bauchgräten optimal entfernen. Richtig, immer nicht nur ein Messer bei haben, sondern mehrere. Um die Bauchgräten abzuschneiden, haben die Jungs ein sehr starres, sehr massives Küchenmesser. Damit kommt man einfach durch das Fett, durch den Bauchlappen quasi am vernünftigsten durch. Und dann hier zum Sauerschneiden. Zack, wird hier so ein kleines, wird hier noch so ein kleiner Schnitt hier unten gemacht. Dann ist das Ganze eben weg. So, wie schneidet man die Filets runter, können wir uns auch noch mal gerne angucken hier. Wie gesagt, alles auf diesem Stück Kunstrasen. So, schön hinter der Brustflosse einschneiden. Wichtig, nicht ganz durchschneiden, nur ein Stück. Dann hält das Ganze nämlich vorne, wird quasi noch festgehalten. Schön bis hinten hindurchgezogen. Das ist für meine Verhältnisse sogar vielleicht ein Tacken noch zu wenig. Da hätte man noch ein Stückchen weiter hinten mitnehmen können, aber ist ja nicht tragisch. Und erst wenn ihr das Filet runtergeschnitten habt, dann quasi vorne das letzte bisschen unter der Brustflosse zum Bauch hin wegschneiden. So, seht ihr das? Die lassen immer ein Stückchen stehen. Damit man einfach vorne vernünftige Stabilität drin hat. Und so braucht ihr auch kein Filetierbrett. Weil der Kunstrasen plus dieser Trick vorne mit dem Stück, was man stehen lässt, macht die volle Arbeit für euch. Sondern bleibt wirklich nur noch so ein dünner Lappen übrig. Ja, das ist der Trick. Also da, wie gesagt, guckt da gerne mal rein. Der Kanal auf Instagram, team-spoon.phishing wird regelmäßig befüllt. Jetzt nicht mit Content von mir, aber mit Content von den Jungs. Die sehr, sehr guten Content machen. Gerade sind auch wieder einige vom Team Dänemark unterwegs. Genau. Also das so als Tipp. Und wie gesagt, Mike, die Filetierbrett würde ich mir, glaube ich, gar nicht erst kaufen. Kauf dir lieber, wie da zu sehen, 50 mal 30 oder 50 mal 50 Kunstrasen. Einfach im Baumarkt. Und fertig ist die Kiste. Am besten unten. Hier sieht man es so leicht. Ich zeige es nochmal. Am besten einen. Hier sieht man es hoffentlich so ein bisschen. Der nicht unten geschlossen ist, sondern wo Löcher drin sind. Siehst du das? Dann kann das Wasser nämlich auch ablaufen. Du kriegst es vernünftig sauber. Also ruhig hier so einen nehmen. Der klar, natürlich diese Borst nach oben hat, aber wirklich Löcher drin hat, dass das Wasser eben ablaufen kann. Das soweit als Tipp. Den kann ich dir da an der Stelle geben. So, wie gesagt, Bilder aus Dänemark zeigen wir vom Audis Smurf später im Laufe des Streams. Ja, und dann läuft das. Niki Yo schreibt, permisse deine Forellenvideos und Guides auf YouTube, Max. Ich auch. Ein Video ist ja schon im Kasten. Das ist auf jeden Fall da. Da waren wir unterwegs beim Mohn. Das ist definitiv im Kasten. Ein Video ist auch noch im Kasten vom Steinbachtal. Das ist auch schon fertig. Ist fertig. Wir haben das Rohmaterial. Elec ist ja gerade schön auf Malle und sonstig. Das sei ihm gegönnt. Und jetzt am 31. wird eben mit ein bisschen Glück auch nochmal ein Video entstehen. Das heißt, dreimal Forellencontent kommt jetzt für euch. Allerdings war ich, was den Forellencontent anging, wirklich so gut wie leer. Oder ich war leer. Ich hatte nur noch sehr, sehr alte Videos. Und da war ich im Überlegen, ob ich die noch bringen soll oder nicht oder doch. Mal gucken. Jetzt Sonntag. Samstag könnte nochmal. Samstag, Sonntag. Jetzt muss ich selber mal gucken. Samstag könnte nochmal Content entstehen. Da werde ich mal wieder auf Forellen unterwegs sein mit einer Technik, die mir nicht so ganz oder die ich schon kann, aber jetzt nicht der Obercrack da drin bin. Da gibt es Leute, die können es 10.000 Mal besser. Und das ist das Tremarella-Angeln. Dann bin ich am Sonntag wieder unterwegs. Ich habe ja quasi, ja, im letzten Jahr mir ein Ticket gesichert bei der Pete, bei einem Tremarella-Event. Ah, guck mal, Nikio, abonniert rein, schreibt die Max-Army. Dankeschön, mein Freund. Danke. Da war ich ja, wie gesagt, bei einem Tremarella-Event. Habe einfach mal beim zweiten Mal Tremarella-Angeln seit bestimmt 10 Jahren oder 8 Jahren, wollen es nicht übertreiben, mitgemacht und direkt mir so ein Final-Ticket gesichert als eine der besten Duo-Gruppen. Also wir haben im Duo gefischt, ein Bekannter von mir und ich quasi zusammen im Duo. Und ja, haben einfach mal die Leute da so ein bisschen nass gemacht und haben uns einen, das ist übertrieben, wir haben bestimmt auch in der einen oder anderen Runde besser geangelt als andere, aber wir hatten auch einfach sehr viel Glück mit den Plätzen. So fair muss man sein. Und dort haben wir uns auf jeden Fall ein Final-Ticket gesichert. Gerade ist das hier noch irgendwo. Den habe ich, glaube ich, unten im Angelkeller. Da wird eben jetzt Samstag das Finale ausgefischt. Gut, ich mache mir da gar keine Hoffnung. Bitte macht euch da auch keine Hoffnung. Ich werde am Samstag nicht gut, bitte bestimmt nicht gut abschneiden. Aus dem einfachen Grund, also wenn ihr das Video seht auf YouTube, gestern habe ich bestimmt nicht so gut abgeschnitten. Zum einfachen Grund, ich glaube, es sind 40 Teilnehmer. Das ist quasi das Angeln der besten Angler aus den jeweiligen Turnieren des Jahres. Da sind halt Profi auf Profi auf Profi auf Profi. Also die Jungs, die da angeln, können es richtig. Und dann der Max dazwischen mit so gefühlt zwei Tremarella-Routen. Tremarella-Routen, meine Güte. Und so ein bisschen Zubehör, was ich dafür habe. In meiner Forellenstation und so weiter. Da seht ihr sie mit ein bisschen Glück auch das erste Mal im Einsatz. Ja, und angel dann halt mit den Jungs mit. Eigentlich habe ich mehr Routen. Ich habe sechs oder sieben Routen, aber drei Stück davon haben gebrochene Spitzen vorne. Habe ich euch schon mal erzählt, dass ich mir bei der letzten Veranstaltung, wo ich eben auch mich so gut platzieren konnte, ist mir der Forellenständer leider oder der Routenständer umgefallen. Und zwei Routen hat es zerlegt. Ja. Wird gelaufen. Der Satzspitzen habe ich bisher noch nicht gekriegt. Doppelt blöd. Und von daher geht es jetzt dann mit zwei, drei Routen nur los. Wird schon klappen. Mache ich mir keine Sorgen. Irgendwas wird da. Und wie gesagt, Hauptsache nicht letzter. Und wenn letzter, dann ist das auch so. Also von daher ist es nicht meine Hauptangelei, aber ich werde es probieren. Und für euch natürlich versuchen, dort gut abzuschneiden. Mit ein bisschen Glück darf ich da filmen. Dann kann ich euch mal mitnehmen auf so ein Tremarella-Event. Ich habe es heute wirklich mit der Aussprache, ne? Dann kann ich euch vielleicht mitnehmen auf so ein Tremarella-Event. Und ja, kann ich da mal ein bisschen mitnehmen. Allerdings muss ich sagen, ist schon anstrengend. Schon sehr anstrengend, sowas mit zu angeln. Ich glaube, wir angeln von morgens sieben oder acht. Ich bin mir nicht genau sicher. Bis 15 Uhr durch. Das heißt, es ist ja in so verschiedene Sektoren aufgeteilt, wo du fischt. Jeder Sektor, also der Teich ist aufgeteilt in vier Sektoren. Jeder Sektor, glaube ich, mit vier Plätzen. Was ist denn jetzt hier mit dem Fokus los? Weiß ich nicht. Ist nochmal aufgeteilt eben in vier. Geht aber gar nicht. Ja, doch jetzt. Jeder Sektor ist nochmal aufgeteilt in vier oder in fünf Plätze. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann wird eben geangelt eine gewisse Zeit. Sieben, sechs Minuten, acht Minuten, was auch immer. Und dann wird quasi durch den Sektor durchrotiert. Und wenn alle auf jeder Position einmal gefischt haben, dann werden die Sektoren eben getauscht. Quasi dein Sektor, in dem du angelst. Die gesamten Angler gehen in einen anderen Sektor. Angeln dann da weiter. Und dann läuft das eben genauso wie der Runden basiert. Und Leute, das ist halt super anstrengend. Das ist super langwierig. Gerade wenn man nicht so ein Oberprofi ist, für mich ein schwieriges Unterfangen. Aber ich werde es versuchen, dass wir nicht unterkriegen. Wollen wir mal gucken. Und wenn das Angeln dann durch ist, dann gibt es richtig schön Essen vom Feinsten. Also wirklich richtig schönes Essen dabei. Mit einem dicken, fetten Buffet, Catering Service. Und wenn das dann durch ist, dann gibt es eine fette Siegerehrung mit Preisen, mit allem Schnickschnack. Und der Amarella-Gott 2020 da noch. Es ist eben halt das Finale aus dem letzten Jahr. Wird dann eben gekürt. Also wollen wir mal gucken. Ich habe auf jeden Fall ein Ticket. Ich bin dabei. Ich zähle dazu den 40 besten Angler des gesamten Turnierformats. Mit zwei Teilnahmen an zwei Angeln. Beim ersten Mal mit Patrick bin ich Zehnter geworden, glaube ich, im Duo. Dieses Mal im Duo dann eben, ich weiß es nicht genau, Fünfter oder sowas, glaube ich. Ich bin mir aber auch nicht so genau sicher. Und nein, mein Kumpel, der heißt Patrick. Ich habe zwei Kumpels, die Patrick heißen. Einmal Patrick Winkelhorst. Der hat sich schon lange qualifiziert. Das ist ein Gottkönig. Und der Typ, mit dem ich geangelt habe, heißt auch Patrick. Ist aber ein anderer Patrick. Der ist auch sehr gut. Und nein, der hat mich nicht mit durchgezogen. Wir haben wirklich auf Augenhöhe gefischt. Ich weiß, irgendeiner von euch im Zweifel, der Schaumisch würde das sonst gleich reinschreiben. Deswegen, nein, das war auf Augenhöhe. So. Fanglos schreibt. Ab am Wochenende schlecht gefangen, war eine kleine private Anlage, wo häufiger angeln. Okay. Aber ich fahre in Zukunft lieber wieder woanders angeln. Aber der Teichbesitzer in der Woche, die die übrigen Fische selber angelt, legt sich das langfristig nicht so gut auf die Fangquote aus. Das stimmt. Das ist immer blöd. Wenn die Betreiber mit angeln, beziehungsweise nachher, habe ich auch schon mal gehört, an einem Beispiel, dass der Teichbetreiber Fische besetzt hat und dann immer regelmäßig abends einmal mit einem Netz durch den Teich wiedergegangen, als sich die Fische wieder geholt hat, die wieder in die Hälterung gepackt hat und am nächsten Tag quasi wieder besetzt hat. Und nein, das war kein Teichbetreiber, von dem ihr jemals ein Video auf meinem Kanal gesehen habt. So viel kann ich verraten. Ist auch nur Hören Sagen. Deswegen will ich hier nichts zu sagen. So. Ich bräuchte einen Kescherkopf, der auf Trout Area Kescher passt für Dänemark. Uff. Was für ein Trout Area Kescher hast du denn, Uwe? Also das wäre jetzt so ganz interessant. Was hast du für einen? Komm mal einen raus. Was für ein Kescher. Weil ich habe da meine bevorzugte Kombination, die habe ich aber schon immer, das habe ich auch schon zehnmal erzählt, aber hau gerne mal raus, was du vorhin hast, dann überlegen wir uns was. So. Benni ist auch wieder mit dabei, der sagt, Ende des Monats geht es zum Easy-Wolter-Schreiben. Geht zu meinem Freund Easy schön shoppen. Ja, mal wieder schön die Antons mitnehmen wahrscheinlich. Das wird doch gut. Das wird doch gut. So. Ralf Dresler habe die Rollen von sechs Meter und kann mir dann alles auf Länge schneiden, wie ich es brauche. Ah. Ja, du meinst, sechs Meter Rollen, Vakuumierbeutel. Ja, das geht natürlich auch. Funktioniert ohne Probleme. Allerdings meistens, ja, du hast halt eben, das geht, wenn du nur ein paar Fische filetierst oder vakuumierst. Als Beispiel, die Jungs gerade, die in Dänemark sind, die fangen jeden Tag 10, 15 Forellen oder sowas, fette Lachse, die dann durchfiletierst, bist du bei knapp 30 Filets, die dann alle nochmal einzeln, also die Schläuche schneiden zu müssen, ist halt nochmal mehr arbeiten, bist abends eh platt und dann noch mehr Zeit reinstecken und dann ist so eine Tüte halt einfacher. Tüten sind manchmal oder meistens ein bisschen teurer. Auch nicht immer, kommt halt drauf an, was ihr kauft. Aber ja, vom Prinzip her, um am universellsten zu sein, sind Rollen natürlich perfekt. Ich muss jetzt eine Rolle neu bespulen, kann mir wer einen Knoten empfehlen. Uwe, hast du mein Video gesehen zum Roller aufspulen? Da habe ich ein komplettes Video zu gemacht. Ich mache den sogenannten Galgenknoten da immer für. Ich mache schon seitdem ich angle und denken kann, so gefühlt. Schon mit 5, 6 Jahren habe ich meine Rollen alle selber bespult, immer mit meinem Opa dann zusammen. Seitdem nehme ich den Knoten und nichts Negatives. Also guck dir das auf jeden Fall mal an, bei YouTube. Wie gesagt, habe ich zwei Videos sogar zugemacht. Einmal richtig unterspulen, da zeige ich den Knoten und Schnur richtig befüllen, glaube ich, heißt das Video. Da zeige ich den Knoten auch. Es sind nur noch 15 Galgenknoten, aber der Held funktioniert, geht hundertprozentig. Ah, Micha5458 hat offensichtlich davon auch schon geschrieben, Lachsmesser. Entschuldigung, also Props nochmal für den Begriff. Lachsmesser gehen raus an Micha5458 und an Sascha, der Angler. So, die haben es beide geschrieben. Schwiebel schreibt oder Schinkenmesser, das kann auch sein, aber unter Lachsmesser haben wir es gerade gefunden, das sollte doch wohl passen. So, Udo hat einen Link geteilt vom Dickmesser. Jo, das ist ein richtig gutes, auch von Dick, zeige ich euch mal. Wir sind es denn, genau das hier würde ich mir holen. Zum Beispiel das hier, das wäre perfekt oder auch das hier. Dann eben halt keinen coolen Schnitt, wobei der coolen Schnitt, wie gesagt, dafür da ist, damit eben das, Zeug, was du schneidest, eben nicht haften bleibt. Das hier unten wäre auch in Ordnung. Musst ihr einfach mal gucken, was euch da am meisten zusagt, aber die hier sind wirklich perfekt. Sowas hier in der Art. Kauft das, damit fahrt ihr, denke ich, gut. Da hat der Udo wie immer recht und dem Udo könnt ihr vertrauen. Der ist ein sehr guter Hobbykoch und der hat eine sehr exklusierte Auswahl an Messern. Also, nicht verzagen, Udo Rohrbeck-Fragen. Das ist da immer das Prinzip. So, Wo können wir nicht schon Dezember haben? Mir kribbeln die Finger vom Kalender. Auf mich warten zwei Stück. Auf mich wartet einer. Also noch nicht, aber bald. Verfolgt mal die Storys bei Instagram von Spoonfishing. Leute, ich kann euch sagen, inzwischen, es ist alles da. Alle Komponenten, alle Produkte, die wir brauchen, die Umverpackung, die Kartons, die Inlays. Es ist inzwischen alles da. Heute ist, ja, das letzte Puzzleteilchen quasi gekommen und da durfte ich euch lange Zeit nichts zu sagen, aber es wird was auf euch zukommen. Und wir nehmen es mal so. Es wird etwas richtig Schönes auf euch zukommen. Ich gucke mal gerade, dass ich mein WhatsApp geladen bekomme, denn da habe ich ein Foto bekommen. So. Und das Foto speichere ich am besten mal ab, weil da sind noch ein paar andere Sachen im Verlauf drin, die ich euch nicht zeigen kann. Aber, hier haben wir das Foto. Und zwar wird das hier was ganz Schickes. Guckt euch das mal. Leute, jetzt fällt dir nochmal meine leere Dose um. Guckt euch das bitte an. So viel kann ich dazu nur verraten. Ich werde euch den, das was dort drin ist, also ich kann euch schon mal so viel sagen, es wird ein Köder sein. Der Köder, der da drin ist, den kann ich euch nicht zeigen oder werde ich euch nicht zeigen. Denn das wird eine Geschichte sein, Leute. Haben wir uns was einfallen lassen, ist mega geworden. Mega, mega, mega geworden. Die Gummimischung ist, die Farben sind, das Design ist, also da haben wir uns richtig was einfallen lassen, Leute. Seid gespannt drauf. Und ich denke, wird für den einen oder anderen, weil wir schon häufiger Diskussionen hier im Stream hatten, ein cooler Bait werden. So viel kann ich verraten. Und zwar, das Ding wird A-C-I geschrieben, nennt sich aber A-C-I. Das Ding heißt A-C-I. So viel kann ich schon mal verraten. Der Name kommt, das kann ich ja verraten. Kann man sich vielleicht auch denken. Ist türkisch A-C-I. Eigentlich heißt es, glaube ich, A-C-I auf türkisch, aber wir nennen das Ding A-C-I. Übersetzung könnt ihr euch gerne mal reinziehen, was es denn so bedeuten könnte und was es dann vielleicht ist. Ich werde es euch aber noch nicht zeigen, aber wie gesagt, von diesem Schätzchen, den, gibt es exklusiv, ich werde auch noch nicht sagen, wie viel, aber von dem Köder wird es exklusiv nur was im Kalender geben. Es ist erst mal, erst mal nicht geplant, dass es diesen Köder danach geben wird. Ich sage extra, es ist nicht geplant, weil wir gesagt haben, wir wollen was Exklusives raushauen, hauen das mit in den Kalender, haben das extra für euch auf den Weg gebracht. Es hat geklappt, es ist nach unseren Vorstellungen gemacht worden. Natürlich wieder wie immer, aber das ist ja, denke ich, keine Seltenheit. Am Design des Köders habe ich mitgearbeitet. Natürlich auch das ganze Spoonfishing Team, Isi und ich waren da sehr intensiv im Austausch zusammen. Und auch die Farben, kann ich euch sagen, sind alle handausgewählt von mir. So viel. Die Farben sind alle der Kracher. Nein, nicht nur einfarbig, auch zweifarbig. Was dort drin ist, wird richtig gut. Wird wirklich, wie Isi sagen würde, Mashallah wird das. Kann ich euch verraten. Wie gesagt, dieses Teil oder Teile oder was auch immer, wird es exklusiv erstmal nur im Adventskalender geben. Wir sind auf eure Reaktion gespannt, weil das ist, denke ich, für alle eine super Überraschung. Wie gesagt, ich war heute der, also der Isi hat die Sachen bekommen, hat es mit dem Sascha zusammen ausgepackt. Der Isi ist erstmal hinten runtergefallen, hat gesagt, das hat er noch nicht gesehen, sowas von der Machart her, von allem drum und dran. Sascha ist hinten runtergefallen, als er die Farben gesehen hat. Und ich habe natürlich sofort angerufen, weil ich habe natürlich auch sofort ein Video bekommen. Meine Exemplare sind schon auf dem Weg zu mir. Leute, und das wird eine richtig geile Nummer. Das Teil, da haben wir was Geiles mitgemacht. Also wie gesagt, erstmal nur exklusiv im Adventskalender. Also, wer davon noch keinen hat, jetzt zuschlagen. Ich kann euch so viel verraten. Ich habe mit Isi heute darüber gesprochen, wie viele wir noch haben. Es wird langsam dünn. So viel kann ich verraten. Es wird langsam echt dünn. Wer noch keinen hat, zuschlagen. Jetzt noch die Möglichkeit wahrnehmen, euch den Adji sichern. Und ich bin mir sicher, eine Menge Fisch damit fangen. So viel dazu. Also wie gesagt, ganz, 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 ganz heißer Tipp. Den Tipp kann ich euch da nur geben. So, genau. Das ist so viel, wie gesagt, zu diesem sehr exklusiven Produkt. Wenn er dann da ist und ich es euch zeigen, sagen kann, dann werde ich bestimmt das auch noch mal im Stream Alka. Werde ich das bestimmt auch noch mal im Stream vorstellen. Werd euch da unsere Ideen dazu formulieren. Warum, weshalb, wieso und was das Teil so besonders macht. Wird eine Überraschung für den einen oder anderen. Wie gesagt, erstmal nur exklusiv im Kalender. Wenn ihr sagt, ihr seid genau so davon überzeugt wie wir und ihr möchtet das Ding gerne in euer Standardrepertoire aufnehmen, dann ist nicht ausgestattet, angeschlossen, dass wir da vielleicht mal irgendwann eine Serie draus machen. Das ist geplant, aber erstmal haben wir gesagt, wir wollen was Cooles, was Einzigartiges haben für den Kalender. Und dann haben eben wir so eine kleine Miniserie aufgesetzt. Wie gesagt, exklusiv. So, soviel zum Thema Kalender, Benni. Ich dachte, ich sag da noch mal ein bisschen was zu. So. Nochmal gerade rein. Al Pacino sagt, er hätte mir was geschickt auf Instagram. Okay. Oder hat mir was geschickt, was ich nicht sagen kann, weil du eine selbst löschende Nachricht geschickt hast. Genau. Aber das ist richtig, Al Pacino. Das ist richtig, was du mir geschickt hast. Aber wie gesagt, wenn du es dir aussuchen kannst, nimm das von Dick. Soviel kann ich verraten. Micha, Micha5458 schreibt, super, jetzt muss ich mir doch noch einen zweiten Kalender kaufen. Ja, Micha, es tut mir leid, aber wie gesagt, ich hätte euch auch gerne schon gezeigt, wie gesagt, das Video, das ich heute bekommen habe, war gigantisch. Ich kann es aber halt noch nicht. So, ich habe jetzt ja die letzten Wochen und Monate immer vorm Zaun gehalten. Isi und ich haben uns zu dem Köder, weiß ich gar nicht, vor. Ah, ich würde sagen, fast in einem halben Jahr das erste Mal ausgetauscht, haben gesagt, was wir machen wollen. Konkret in die Umsetzung sind wir dann, glaube ich, im Juli gegangen, sowas grob drum. Und jetzt ist er da, fertig und hoffentlich habe ich einen Freitag in der Hand und ja, kann mir eine schöne Box damit zusammenbauen. Das Ding für euch, ausgiebig fischen. Werd, denke ich, am 31. das Teil schon mal fischen. Wir wollen mal gucken, vielleicht am 31. Mal gucken. Und das Video kommt dann eben, wenn, ja, wenn eben der Köder veröffentlicht ist, wenn wir die Katze aus dem Sack gelassen haben. Aber ihr wisst, das Ding heißt zumindest schon mal Adji. Also, da wisst ihr schon mal sehr viel und ihr habt die Umverpackung schon mal gesehen. So, ja. So, vielen lieben Dank für die Antworten. Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Ne, ich hoffe nicht, schau mir, wie gesagt, dick nehmen. Das passt schon, was er geschrieben hat. So. Jetzt schrieb Sascha, der Anker, nein, aus Pappe, in Gold, die mit in Vakuumbeutel kommen mag. Ja, die gibt es auch. Ach so, das sind die Lachsbretter. Ach so, Entschuldigung. Ganz ehrlich, Ebay, fertig. Ich glaube, der ist nicht so. Entschuldigung, Sascha, der Angler, Entschuldigung. Lachsbretter, diese goldenen Teile meins, diese reflektierenden, habe ich nie mit reingepackt. Weil wofür? Ich habe mir meine kaltgeräucherten Geschichten einfach vakuumiert, fertig. Habe ich gar keine Erfahrung mit. Ich weiß, ich habe meine Filetseite von Erwin gekriegt. Da war eins drunter, aber ich glaube, der Tier auch einfach ganz stumpf irgendwo, wo es welche gab, einfach gekauft. Ich glaube nicht, dass es so entscheidend ist, die Teile. Also, einfach nur ein Stück Pappe. Also, weiß ich nicht. So. Wischen mal, wie schreibt, bist du am 31.10 doch dabei, Max? Vielleicht. Ich kann noch nichts, äh, ich kann noch nichts finales sagen, aber ich glaube, 90% ja. Ui! Mats Trout Area haut einen fetten Sub raus. Und zwar beschenkt er den Benha01 mit einem Sub, mit einem Abonnement. Also, Mats, Kuss geht raus an dich. Vielen Dank dafür. Ich denke auch im Namen von Ben-H01. Vielen, vielen Dank dafür. Mega, mega lieb von dir. So. Sascha, der Angler, bist du wieder baden gegangen? Nein, ich bin nur einmal bisher baden gegangen. Schau mir angelt. Oh. Tutti Trutter auch nochmal die 300 Bits. Leute, jetzt wollen wir das aber doch noch wissen hier, oder? Ihr habt den Hype Train Stufe 1, glaube ich, ausgelöst. Ich gucke nochmal. Sekunde. Hype Train Stufe 1, 66%. So, Leute. Döhm, 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 döhm. Run an Feind hier. Genau. Schau mir schreibt, in zwei Wochen geht es für mich nochmal nach Dänemark. Da hoffe ich auch auf schöne Fische und ein oder zwei Videos. Ja, schau mir. Das wünsche ich dir natürlich ganz doll. Wenn du jetzt nach Dänemark fahren würdest, würde dir der Köder, der Adji, wahrscheinlich sehr helfen. Problem ist mal so. Aber, geht ja nicht. So, Tutti Trutter denkt sich, Mensch, der Max hat ja gerade schön gesungen und schallert die 300 Bits hinterher und macht für euch den Hype Train voll. So sieht das aus. Hype Train Stufe 1 voll. Und ich weiß nicht, ob er sich verklickt hat, aber er denkt sich, die 300, die kann ich auch nochmal schicken. Hat gleich nochmal 300 geschickt und schießt euch auf 41% im Hype Train Stufe 2, Leute. So viel dazu. Also, das läuft. Hype Train Stufe 1 habt ihr euch schon mal gesaved an der Stelle. So, Billy schreibt, ich war schon lange nicht mehr angeln. So, Tutti Trutter fragt, wo standest du denn in Millerscheid? Ach, der Micha 5458, guck dir das an. Auch nochmal die 300 Bits rausgehauen hier. Dankeschön an der Stelle, Micha. Vielen Dank. 58% Hype Train Stufe 2. Ich stand in Millerscheid. Was ist das? Ist das der Lachsteig? Ich glaube schon, das ist der Lachsteig. Wenn du drin bist, hinten rechts. Und das rotiert halt, ne? Beim Camarella angeln. Also. Das hat komplett rotiert. Ja. So. Udo schreibt auf die Filmchen vom Schaumi angelt, freut er sich. Ich mich auch. Schaumi macht immer super Videos. Der Udo macht auch super Videos. Also, wenn da was kommt, ich freue mich immer wie ein kleiner Junge, wenn ich sehe, Bing, auf dem Telefon. Einer meiner beiden Büschbären hat ein Video hochgeladen. Dann freue ich mich immer sehr. Und dann ist das normalerweise auch relativ schnell reingesuchtet. Natürlich auch, ne? Unser lieber Dennis. Ihr kennt ihn. Wie gesagt, da zeige ich euch ja gleich auch nochmal ein bisschen was. Auch da jetzt super Videos wieder abgeliefert. Also auch das sehr erstrebenswert. Aber das wisst ihr ja. Ha! Da halte ich ja nicht mit hinterm Berg. Dass die Jungs echt super Content machen. Und der Udo Rohrbeck. Schallt auch nochmal ein Abonnement raus. Und zwar beschenkt er den Frank Forelle. Frank Forelle, du bist jetzt auch offizieller Abonnent meines Kanals. Also da auch nochmal. Gib dem Udo einen dicken, fetten Kuss. Udo, von mir kriegst du auch noch einen. Vielen Dank dafür. Hypetrain Stufe 2 86%. So. So. Penny schreibt, auf mich warten 6 Stück Adventskalender? Wie 6 Stück? Nur so viel geschrieben. 2. Warum denn jetzt 6? Was hast du denn jetzt gemacht? Hä? Äh. Schau mir an. Ich muss kurz mal den Bildschirm zensieren. Das will ich doch gar nicht sehen. Das nimmt mir die Vorfreude. War ja zum Glück nicht zu sehen. War ja nur die Umverpackung. Atzi. Gibt es als erstes im Kalender oder schon vorher im Shop? Nein. Weder noch. Wie gesagt. Sind welche im Kalender? Überhaupt nicht im Shop. Wenn er sich oder wenn ihr ihn gut findet, wovon ich ausgehe und wir ein entsprechendes Feedback haben, dann auf jeden Fall nehmen wir den gerne für euch auf. Aber erst mal exklusiv nur für den Adventskalender. So. Schau mir an. Ich denke, ich habe auch noch mal 200 Bits hinterher und schiebe den Hypetrain Stufe 2 auf 97% kurz vor der magischen Grenze zu Stufe 3, damit der Lukas unterstrich 235 nochmal 1000 Bits hinterher schiebt, den Hypetrain Stufe 2 voll macht. Ich sehe gleich auf wie viel. Jetzt ist der Hypetrain erstmal wieder Stufe 3 und so. Ping, ping, ping. Hier oben geht es immer ab. Das muss ich euch immer mal zeigen. Das ist schon ganz interessant zu sehen. Ich schiebe den in Stufe 3 rein. Auf. Ja, ich sehe es nicht genau, weil der Micha 5458 auch nochmal 200 Bits hinterher geschossen hat. Und wir sind bei 55% Leute. Hypetrain Stufe 3, 55%, 4 Minuten 30. Ab jetzt Zeit, das Ding voll zu machen, wenn ihr es seht. Wahrscheinlich nur noch 4 Minuten, aber ihr gebt ja wieder kräftig Gas. Also da auch nochmal Micha, Lukas, Xiaomi, Udo, Tutitruta. Matz, Nikio, tausend Dank für alles. Wirklich, megamäßig. Udo! Udo hat auch nochmal die 500 Bits raus. Meine lieben Herren, ey, unglaublich. Udo Rohrbeck mit 500 Bits, 79%. Kuss geht raus, Leute. Ach, und Tutitruta auch nochmal 200 Bits hinterher. Zack, so läuft das. Tausend, tausend. Danke, ihr Lieben. Ihr übertreibt es schon wieder. 88%. Ihr seid ihr hier. Ihr seid ihr, ihr seid ihr, ihr seid ihr. Ihr wollt ja jetzt nicht hier schon wieder so ein Wettlauf gegen die Zeit hier anfangen. Mit Hypetrain Stufe 5 und voll machen und sowas. Wir machen hier den Stream. Wir sind seriös. So. Ich probiere mich jetzt wieder zu konzentrieren hier auf die Sachen, die im Chat schreiben. Also wie gesagt, fangen los. Im Shop erstmal gar nicht. Nur im Kalender. Ralf Dresler, 46 Bits, was eine komische Zahl. Aber Ralf knallt 46 Bits raus und Lukas unterstrich 235 unterstrich sagt sich, wenn der Ralf Dresler schon so komische Beträge spendet, dann haue ich auch nochmal 235 Bits hinterher und macht die Stufe 3 voll. Hypetrain Stufe 3 voll. Putsi Trutter auch nochmal mit 3 Bits. Dankeschön Putsi Trutter. 1% Hypetrain Stufe 4. Ihr seid drin. Ihr seid back im Business im Hypetrain Stufe 4. So. Und ich glaube tatsächlich, Leute, ich glaube, wenn er hat sich wirklich noch ein paar... Ich glaube, er hat sich wirklich noch ein paar Dingens gekauft. Noch ein paar Kalender, glaube ich jetzt, oder? Kann das sein? Tuti Trutter auch nochmal 6 Bits. Leute, hier geht's los. Dankeschön. So. Wagenlos. Ich hoffe, das Ding ist etwas länger als der Kroku. Ich bin eher der grobe Angler. Ich sage nichts. Ein Genießer... Ein Genießer... Ne, wie heißt das? Ach, ich genieße auf jeden Fall und schweige so rum. So. Ihr habt 6 Kalender. 2 von Spoonfishing und 4 vom Donner Dealer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aaaaaah. Fanglos, man kann nachgucken, viele es noch gibt. Online-Shopping-Profis kennen diesen Trick. Ach, ist das so? Fanglos, du musst nur mal schreiben, wie. Das ist ja mal sehr interessant. Weil ich kenne es eben bei einigen... Also mich würde das wirklich mal interessieren. Jetzt nicht bei Spoonfishing oder sowas. Sondern ich würde generell mal gucken. Bei anderen Sachen auch, wenn da irgendwie steht, letzte Artikel und sowas, wie viele wirklich noch da sind. Das ist ja interessant. Kannst du mich vielleicht mal auf Instagram anschreiben und mir das mal zeigen? Das wäre jetzt wirklich interessant. Also würde mich wirklich interessieren. Das ist eine sehr, sehr interessante Geschichte. Wenn du mir das mal zeigen könntest, wie sich das zusammensetzt, wo ich reingucken muss. Wahrscheinlich irgendwo im Quellcode, schätze ich, oder? Oder wo muss ich gucken? Noch gerne im Zweifel mal reinschreiben, wo es ist. Aber das würde mich interessieren, wo ich das nachgucken kann. Das wäre ja wirklich nicht schlecht. So, aber jetzt gehen wir noch mal weiter hier. Nikio, kann ich eventuell bitte, wäre eine gute Rolle, für das OL-Fischen empfehlen. Bis ca. 150 Euro, danke, Nikio. Da gibt es nur eine Geschichte und ich bin mir sicher, schau, wie wir es schon reingeschrieben haben. Für mich, Leiber Caldea 1000. Relativ niedrige Übersetzung für das Geld. Sehr, 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 sehr stabil. Sehr gutes Produkt, kann ich dir nur empfehlen. Damit Roxos. Und bis mit genau, ja, ziemlich genau 150 Euro perfekt im Budget. Das läuft, den Tipp kann ich dir da geben. Aber ich bin mir sicher, es wird noch mal wer anders hier reingeschrieben haben, weil das echt eine der Rollen ist, die ich bedenkenlos empfehlen kann. Micha 5458, 300 Bits auf den zweiten Kalender. Jihau. Und der Out-In-Hype-Trend arbeitet auf 15%. Micha, Kuss geht raus. Vielen Dank dafür. Ja, Micha, zweiten Kalender. Vollgas. Also, ich muss ja wirklich fairerweise sagen, wenn ich nicht wissen würde, dass ich ein paar von den Gummis eben zu Testzwecken dann auch nochmal eben halt bekomme, um da eben auch ein paar Videos mitzumachen und einfach, damit ich auch welche jetzt habe, kurzfristig. Ich kenne den Köder ja auch. Aber ich glaube, ich hätte mir tatsächlich auch einen zweiten gekauft. Also, einfach mal jetzt so rumgesponnen. Jetzt nicht wegen nur ein paar großen Gummis, die da irgendwie im Kalender mit drin sind, aber ich finde das ganze Thema, das ganze System halt mega. Ja, wir werden jetzt ja sehen, ich denke, wenn die Kalender erstmal ausgeliefert sind, das ist nämlich auch schon bald oder relativ bald der Fall. Sekunde, ich muss eben gerade zurückschreiben. Weil nämlich meine bessere Hälfte, die hat mir gerade noch viel Spaß im Stream gewünscht. Ich habe noch eine Kleinigkeit gebeten und noch eine Liebesbekundung dargelassen. Da musste ich zumindest ganz kurz zurückschreiben und dort etwas zu sagen. So, Udo Rohrbeck hat einer einen guten Tipp für eine gute Videokammer bei 600 Euro. Meine ist beim letzten Sturm umgekippt und fritten gegangen. Oh nein. Und der Xiaomi hat es schon geschrieben. Er schreibt, Canon EOS M50 oder die Sony ZV1 bei der Superkameras. Habe, die selber besitze zum Filmen. Ich kann einen Tipp geben, ich würde die Sony kaufen. Ich habe jetzt aktuell die Canon, mit der bin ich top zufrieden. Mega cooles Ding. Allerdings, die Sony ist nochmal ein Tacken geiler von der Videokualie her. Finde ich. Und du hast ein paar Features drin, die echt gut sind. Also die Sony ist schon ziemlich gut. Ein kleiner, leichter, handlicher. Hat aber auch ein paar Nachteile. Aber Sony oder EOS. Ich glaube, mir hat es schon passend geschrieben. Wohl mit dem wechselbaren Objektiv. Mit der EOS ist auch nicht schlecht. Habe ich auch schon ein paar Mal jetzt genutzt für ein paar Videos. Kommt drauf an. Wenn du Wechselobjektive haben möchtest, dann die EOS. Und du sagst, komm, passt schon. Kann ruhig eine Kompaktkamera sein. Alles in einem Teil. Dann vielleicht die Sony. Kannst du die mit Powerbank durchlaufen lassen, oder musst du immer Akkus wechseln? Nein, ich habe einen Adapter. So ein Adapter quasi. Sieht aus wie ein Akku. Wie ein Kameraakku von der EOS. Steckst du rein. Hast unten einen Port dran. Für Netzteil kannst du Netzteil anschließen. Und dann per USB das Ding laden. Das geht mit der M50. Dann kannst du es durchgehend laufen lassen, ohne Akku wechseln. Das funktioniert. Für die Canon gibt es einen Adapter, wo man die dann mit Powerbank benutzen kann. Ich selber nehme aber Akkus. Aber für beide Kameras jeweils vier Stück. Und lade sie dann zwischendurch mit der Powerbank. Upsala, Entschuldigung. In die alle gehen. Ja. Kannst du auch machen. Adapter habe ich ja gerade eben erklärt. So. Der zweite Teil von Dänemark wird Samstag kommen. Dürft euch schon richtig drauf freuen. Oh, ich freue mich erst. Ach so. Tuti Trotta, bist du jetzt am 16. auch in Millerscheid? Ne, am 16. bin ich nicht in Millerscheid. Am 16. bin ich bei... Smalat. In Holland. Da ist quasi das große Finale der Pete. In Smalat. In Holland. So. Ich schau mir an mit heute. Lassen wir es mal richtig noch mal ruhig angehen. Okay, ich sehe es. Es bleibt doch wieder nicht ruhig. Jo. Halb-Train Stufe 4 haben sie rausgehauen, Jungs. Sie wollten es wissen. Auch noch mal tausend Dank an alle. Halb-Train Stufe 4 haben wir noch mal richtig Gas gegeben. So, schau mich an. Jetzt schick mal rüber den neuen Köder. Wenn er mir in Dänemark helfen soll, kann, dann teste ich den mal unter der Hand. Show me. Wo es nur vorbeikommt. Wenn ich welche da habe, du kannst dir gerne mal... Ich weiß halt auch nicht, wie viele ich kriege. Kann sein, dass ich 3, 4, 5 Stück bekomme oder so. Aber komm gerne mal rum. Auf ein Käffchen. Oder auf eine Hopfen... Kohlensäurehaltige Schorle. Eine Hopfenhaltige, Kohlensäurehaltige Schorle. Irgendwie sowas. Du weißt, was ich meine. Auf ein Bierchen kommst du rum. Und dann gucken wir mal. Da wird sich schon was machen lassen. So, schalte Angler, gib doch mal 100 ein. Was? Also ich kann hier bedenkenlos Sachen 100 Stück irgendwo reinlegen. Das ist alles kein Thema gerade, Leute. Das ist nicht, was das für ein Trick sein soll. Ne, mir zeigt er hier gar nichts an. Aber wie gesagt, schickt mir mal gerne ein Screenshot, bitte. Fangen los. Ist ja nicht schlecht. So, übrigens den Halbtrain habe ich gerade rausgeknallt da unten. Ach, ich spammt die Emojis hier auch schon. Bestens. Was ist denn das für ein Vieh? Ein Hund? Keine Ahnung, aber irgendeine Emotes. Ich muss demnächst auch mal gucken. Da brauche ich aber Zeit für. Dann baue ich mir vielleicht mal ein paar eigene Emotes oder sowas hier für Twitch. Dann könnt ihr meine eigenen Emotes dort rein spammen. Ja. Genau. Hat es gerade im Hintergrund ein bisschen geknallt hier. Leute, ich gucke mal kurz nach, was das war. Weil eigentlich dürften alle im Bett sein. Sekunde, ich schaue mal eben kurz. Bin sofort wieder da, Leute. Ja. 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 Vielen Dank. Vielen Dank. Gehen wir jetzt mal weiter auf das Produkt der Woche. Also, das Ding der Woche quasi. So Leute, und was ist das Ding der Woche? Also, ganz klar für mich mein absoluter Lieblingsgummihaken. Und zwar dieses schicke Teil hier. Guckt es euch bitte an. Der Soft Lure Jig Hook. Ob jetzt Größe 6 ist vollkommen egal. Ich fische die nur Barples, also BL, sprich ohne Widerhaken. 25 Stück gibt es hier drin. Pro Tütchen. Und was ist das Ganze? Was macht das Ganze so besonders? Warum ist das mein Lieblingshaken? Ich zeige es euch erstmal auf der Seite vom lieben Ismail, was das Produkt ist, was es kann, was es kostet und so weiter. Also, aktuell hier, wie gesagt, findet ihr das Ganze unter der Rubrik Kleinteile, Haken, Soft Lure, Jig Hook. Da geht ihr drauf. Ihr habt insgesamt vier Artikel zur Auswahl. Größe 4, Barpt, sprich mit Widerhaken. Größe 6, Barpt mit Widerhaken. Größe 4, Barples ohne Widerhaken. Größe 6, Barples auch ohne Widerhaken. Größe 6 ist ausverkauft. Ich habe hier noch einen, wer einen haben möchte. Da ist auch nur noch einer drin. Ich muss auch wieder neue bestellen. Aber offensichtlich momentan nicht verfügbar. Aber, das hier ist, wie gesagt, ein ganz, 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 ganz spezieller Haken. Ein ganz tolles Produkt. Warum? Kann ich euch ganz einfach erklären. Wie gesagt, das ist ein Eigenprodukt von uns. Das wurde für uns produziert. Und nochmal, wenn ich für uns sage, dann meine ich für ASI. ASB-Teckel, aber ich sage es immer wieder. Ich identifiziere mich so stark mit dem Laden, dass ich immer sage, für uns. Und wie gesagt, mache ich auch sehr viel für den Laden und für den ISI. Und der ISI sehr, sehr viel für mich. Also, ein bisschen wie Familie. Oder es ist quasi wie Familie. Und dann, ihr wisst es, dann ist die Verbundenheit dort sehr eng. Also, genau. Der Sascha schreibt es schon rein. Von VMC, richtig. Wir haben einen Haken in Auftrag gegeben. Und zwar, was für ein Haken? Was war uns wichtig? Und ich möchte euch das gleich, oder ich kann euch das gerne gleich einmal zeigen. Wir haben, oder sind auf den Hersteller zugegangen. In diesem Fall, genau. Sascha hat es richtig geschrieben. Auf VMC. Und für mich war ein Haken, die Nummer 1, ganz klar. Das war ein Haken von... Ach, Jesus. Gibt es doch gar nicht. Ich habe doch hier... Warte. Fällt mir der Name nicht an. Kann man nicht. Oh. Mir fällt der Name nicht an. Jesus. Jesus Maria. Teamco. Teamco. Ein Teamco-Haken. Quasi der gehörte für mich. Das war mein Standard-Haken. Den Haken, den ich für fast... Oder die ich fast für alles benutzt habe. Ein Teamco-Haken. War gigantisch gut aufgebaut. Mit einer relativ geraden Spitze. Das Ding war perfekt. Mit einem Nachteil. Den gab es nicht in vernünftigen Größen. Das Ding gab es nur als Achterhaken. Das war super klein. War für mich ein bisschen zu klein. Wir wollten den ein bisschen größer haben. Und auch von der Materialgüte. Passt das nicht ganz. Bei Haken muss man immer so ein bisschen den... Ja, wie soll ich das erklären? Die Waagehalten vom Carbonanteil. Ich denke, nicht viele von euch dürften so in der Materialkunde drin sein, was so Stahl angeht. Aber ich probiere es euch kurz zu erklären. Um einen Stahl zu härten, hat man nachher einen gewissen... Carbonanteil quasi. Es ist nicht Carbon, es ist Kohlenstoff. Aber es heißt... Ja... Carbon auf Englisch. Also... Kohlenstoffanteil mit dem Stahl. Je mehr Kohlenstoff ihr im Stahl habt, je härter wird der Stahl. Je härter der Stahl aber wird, je eher bricht der Stahl. Normalerweise biegt sich ein Stahl. Wenn ihn aber besonders härtet und so weiter und so fort, je eher bricht das Ding nachher. So, man muss nun eine richtige Balance finden zwischen gar kein Carbon und das Ding ist super flexibel und biegt sich durch und ist Käse. Zu, wir haben zu viel Carbon. Ist zwar tierisch hart, aber im Endeffekt bei einer ruppigen Bewegung, bei einem Aufschlag, bricht der Haken. Das wollen wir auch nicht. Also muss man ein bisschen die Waage halten. Und dort haben wir ein bisschen mit der Zusammensetzung gespielt, mit der Materialgüte und sind da, denke ich, auf ein gutes Ergebnis gekommen. Ja, dann ein anderer Haken, den ich sehr stark gefeiert habe, den der Easy auch hatte, ist ein Knappheckhaken. Guckt ihn euch mal bitte an von der Form. Ist mega. Ja. Das Ding ist, ist auch ein mega Haken. Das einzige, was mir nicht so geil gefallen hat, an der Stelle ist dieser nach innen gebogene, leichte, ähm, sorry, ich muss auch den Bildschirm drehen hier. Oh, jetzt kann man es nicht gut sehen. Jetzt. Also wie gesagt, der Knappheckhaken habe ich auch eine ganz lange Zeit gefischt. Mega Haken. Problem ist, der Haken hat gerostet und ich sag mal hier, der, ähm, die Hakenspitze ist ein bisschen nach innen gedreht. Hat den Vorteil, dass ihr weniger Fische im Drill verliert. Grundsätzlich kann man sagen, je gerade eine Spitze ist, also nicht nach innen gebogen, sondern gerade, je einfacher könnte den Hookset setzen, also je eher hängt der Fisch am Haken, je weiter die Hakenspitze aber nach innen zum Schenkel gebogen ist, wie hier, leicht eingebogen, je weniger Fische werdet ihr im Drill verlieren, weil der Fisch einfach schwerer den Haken loswerden kann. Auch ohne wieder Haken. Und wir haben nun probiert, einen Hybriden zu bauen, aus insgesamt sogar drei verschiedenen Haken. Und dabei ist, wie gesagt, der ASB Software Jighook rausgekommen. Wie gesagt, eine Eigenkreation ist nicht irgendwie ein Haken, den wir einfach nur bei VMC gekauft haben oder ähnliches oder gesagt haben, wir labeln das um. Nein, das ist, wie gesagt, eine komplette Eigenentwicklung dieser Haken. Wie gesagt, diesen Haken gibt es auch nur exklusiv bei uns. Steckt sehr viel Know-how, sehr viel Zeit und auch eine Menge Geld drin. Läuft sehr gut. Der Haken, so kann ich euch sagen, ich weiß nicht, wie viele Tütchen genau der Easy davon hatte, aber etliche tausend. Und die sind ausverkauft, gerade der Sechser. Ich habe es ja gerade auch erst gesehen. Ich bin ein bisschen erschrocken, muss ich sagen. Aber der Sechser ist gerade ausverkauft. Huch! Ja, also, das ist schon nicht ohne. Und wie gesagt, der Haken läuft super. Wir haben sehr gute, sehr gutes Feedback dadurch bekommen, durch die Community. Auch bei diesem Haken-Test, den Erwin auf seinem Kanal gemacht hat, ist der Haken für sehr gut befunden. Ich muss dazu sagen, der Haken-Test von Erwin war nicht sehr wissenschaftlich. Er hat es gut gemeint, hat das auch mit normalen Mitteln relativ gut umgesetzt. Allerdings, für mich als, ich sage mal, sehr technisch affinen Mensch, haben sich da so ein bisschen die Fußnägel hochgebogen, weil ich mir denke, ey, das hätte man eigentlich anders machen müssen. Das hätte man ein bisschen, man hätte eher Laborbedingungen irgendwie schaffen müssen, gleiche Voraussetzungen. Und dann bin ich mir sicher, hätte der Haken sogar noch besser abgeschnitten. Aber es ist nicht schlimm, er hat sich da wirklich mega viel Mühe mitgegeben. Und wie gesagt, es ist ja definitiv auch da im Test einer der besten Haken überhaupt gewesen. Wie gesagt, für mich die Nummer 1, ich habe jetzt auch bestimmt schon 10 Tüten, also bestimmt schon 250 Haken durchgeknallt. Und wie gesagt, nichts dagegen, bin mit der Qualität super zufrieden, nichts Negatives, das passt. Einziger Nachteil, und das hat der Xiaomi Angelt auch geschrieben, werden die Haken noch in kleineren Größen kommen? Und ich hoffe drauf. Also wir haben jetzt den Vierer und den Sechser, ich bin der Meinung, eine Größe 8 müsste eigentlich auch noch her. Müssen wir einen Angriff nehmen, der Easy und ich. Weil so viel kann ich euch verraten, Leute, der Easy und auch viele Leute aus dem Team von Ismail, gucken im Laden, ungelogen, jeden Stream von mir. Das heißt, alles, was sie hier sagt, über alles, was wir sprechen, das wird sich Easy angucken. Und das nimmt er für sich mit. Er ist auch ein Mensch, der sehr stark auf die Community hört. Und wie gesagt, wir sind da ja sehr nah dran. Was ihr braucht, was ihr gut findet, probieren wir umzusetzen. Also, liebe Leute, machen wir es doch ganz einfach. Erstmal schreibt ihr hier alle in den Chat, Hallo Ismail, liebe Grüße, schreibt er da gerade mal rein, hier in den Chat. Und dann schreibt ihr alle mal rein, bitte Größe 8 vom ASB Softlogicook. Oder bitte Größe 8 produzieren oder irgendwo sowas. Das schreibt ihr auch quasi hier rein, da gebe ich euch mal gerade 30 Sekunden für Zeit. Und wenn der Ismail das Video dann guckt, dann wird mit Sicherheit kommen, Max, was hast du da denn gemacht mit der Community? So viele Leute wollen das. Ja, genau, wollen sie. Deswegen haut in die Tasten, hier reinschreiben, Ismail liebe Grüße, liebe Grüße an Ismail und das Team oder sowas und dann danach die nächste Nachricht, bitte Größe 8 machen. Dann wollen wir mal gucken. Dann wollen wir mal schauen, ob der Isi sagt, Max, Größe 8, da sehen wir jetzt zu. Schreibt es mal hier rein, Leute. Ja. So will ich das sehen. So, machen wir mal kurz den Chat hier richtig schön voll. Perfekt, Leute. Haut es richtig in die Tasten, schreibt es hier, haut es voll in den Chat hoch und runter. Wie gesagt, er guckt sich das wirklich an, jeden Stream und bisher alles, was ihr als Community brauchtet oder was ihr schön finden würdet, da haben wir uns bisher immer drum gekümmert. Da haben wir uns versucht, immer alles für euch möglich zu machen. Klappt natürlich nicht immer, aber das meiste sollte ja klappen. So, und guckt, genau das ist passiert, was ich meinte. Ich schaue mich schreibt. So. Können wir den Haken auch vorbestellen, in Größe 8, fragt Betty, genau. Schau, in Größe 8 und 10 wäre geil. Dennis, und 10, bitte, bitte für den Sommer. Udo Rohrbeck, ja, muss die Größe 8, muss da auch her. Auch schau mir an, liebe Grüße. Ismail, liebe Grüße, definitiv die Haken in Größe 8 und 10. Udo Rohrbeck, liebe Grüße an den Chef, bitte in Größe 8, den ASB Software, G-Cook, Mati, Moin, wir brauchen den 8er Haken, Fishingman, Dennis, Easy, 10er Haken, bitte. Matz, Trot Area, lieber Easy, wir brauchen unbedingt die Haken noch in Größe 8. Michael, äh, Ismail, liebe Grüße, bitte in Größe 8. Matz, Trot Area, komm Bruder, 8. Komm Bruder, 8, schreibt er, alles klar. Audus Murf, lieber Easy, wir brauchen Größe 8. Ralf Dresler, Easy, bitte in 8 und Größe 10. Show me Angel, Cheffe, bitte Haken in Größe 10 und 8. Lukas, unterstrich, 235, unterstrich, liebe Grüße an Easy, bitte in Größe 8, fang los. Ich fände schön, wenn Kühe Eier legen würden. Ja, ich auch, passiert aber nicht. So, und Benny schreibt, hallo, Easy, bitte in Größe 8 und Größe 10. Trot Hunter UK, bitte, bitte, Größe 8 und Größe 10. Easy, du schaffst das. Matz, Trot Area, 8, 10 wollen wir sehen. Bitte, Chef. So, Easy, wenn das nicht gereicht hat, wir brauchen kleinere Haken. Punkt. So, ich denke, damit konnten wir jetzt mal einen Punkt setzen beim lieben Easy. Er wird es sich angucken, dann wird er es sehen und ich bin mir sicher, dass er es genauso witzig bin, wie ich gerade. Und dann hoffentlich stehen kleineren Haken nichts im Weg, weil Größe 6 muss er ja wahrscheinlich eh nachbestellen. So, weil Max hat hier noch exakt einen ungeklebten Haken und wenn der weg ist, ist es vorbei und ich muss eigentlich noch welche nachkleben. Schande ist das. Käse ist das. Deswegen, Max braucht Haken, Max braucht 6er Haken und die Community braucht 8er und 10er Haken. Easy, da müssen wir ran. So, haben wir einen Punkt gesetzt, denke ich. Ihr Lieben, jetzt gucken wir uns noch die Berichte an, die mir eingeschickt worden sind. So, nicht nur Max, ich auch, schreibt Udo. Siehst du? Udo auch. Viele andere auch. So, aber guckt euch das mal an, Leute. Ich gucke mal. Das hier ist das Bild. Guckt es euch an, Leute. Da war der liebe Patrick, oder ihr kennt ihn auch als Audis Smurf, in Dänemark unterwegs und er schreibt, hier guckt es euch an, 8,5 Kilo, 85 Zentimeter. Was ein Schiff. Guckt euch den Fisch mal an, Leute. Das denke ich, kann sich sehen lassen, oder? Traumhaft. Patrick, oder auch Audis Smurf genannt, das läuft bei dir, mein Freund. Mega, mega, mega Fisch. Das läuft. Äh, Audis Smurf, du kannst glaube ich sogar noch rein abonnieren kostenlos. Du hast ja Prime Gaming. Ich sehe es doch gerade, weil du es im Chat geschrieben hast. Ich glaube, du kannst sogar noch kostenlos rein zappen hier. Dann kommt noch einmal gleich, Bing. Ich glaube, das geht sogar. Du bist jetzt auch bei Prime Gaming, bei Twitch, und dann kannst du einmal im Monat kostenlos einen Twitch-Streamer deiner Wahl supporten, in dem du ihn ein kostenloses Abonnement dalassen kannst. Ich weiß ja nicht, wie viele Twitch-Streamer du guckst, aber wenn du das Ding über hast, schall das hier rein. So. Achso. Danke, danke. Geht am 29. Oktober wieder. Achso. Alles klärchen. So. Also, hier seht ihr auf jeden Fall. Ja, mega Fisch. Was? Ein Apparello. Hat er auch richtig gemacht, so wie ich es auch mache. Kiemschnitt, ja, hier unten den Kiembogen quasi durchtrennt hier. War ein bisschen besser als ein Herzstich, Leute. Habe ich schon mehrfach erklärt, aber auch noch mal von mir. So, ich muss es immer ein bisschen hin und her wechseln, äh, weil, wie gesagt, da auch häufig private Nachrichten mit bei sind. Hier, das Foto kam von Patrick auch noch mal. Guckt es euch an. Zwei richtig schöne, ja. Ja, normale Regenbogenforellen hier. Und das hier sieht mir verdächtig nach Tigerforelle aus. Wenn mich nicht alles täuscht, ja, roter Bauch fehlt. Ich würde sagen, Tigerforelle. Da auch noch mal Petri, mein Freund. Ja, mit Tigerforelle und Saiblingen muss man immer ein bisschen aufpassen. Es gibt nämlich tatsächlich auch sehr viele Saiblinge, die keine roten Flossen oder Bäuche haben oder nicht so wahnsinnig ausgeprägte. Und, ähm, ja, ne, ihr kennt es. Deswegen lieber einmal mehr hingucken als einmal zu wenig. so. Ah, da habe ich gerade eine Nachricht gekriegt, über die freue ich mich. Aber derjenige tippt noch. Da wollen wir mal gucken. So. Ah, schön. Komm, das zeigen wir auch noch mal hier, was er eingeschickt hat. Zack, Leute. Da ist er. Unser Kuschelbär hier aus dem Stream. Udo Rohrbeck. Ihr kennt ihn auch noch mal. Mega, mega, mega schöner Fisch. 4 Kilogramm bei Lasse Ahrens in Burgdorf gefangen. Das Ganze. Lasse ist auch bekannt für richtig schöne Fische hier in Deutschland. Super Qualität. Werden megamäßig behandelt. Guckt euch das Vieh an. 4 Kilo in Burgdorf gefangen. Und das auch noch bei relativ hohen Temperaturen. Denn ihr seht, der Udo ist noch im T-Shirt. Also auch das läuft. So viel sei an der Stelle gesagt. So. Und dann kommen wir zum lieben Mike. So. Mike, sorry erstmal, dass ich dir auf deine Instagram Nachricht nicht geantwortet habe. Du hast ja gefragt, bist du überhaupt noch da, Mike? Also. Gucken wir mal. Ja, Mike ist eigentlich noch drin. Aber ich glaube, der Mike schreibt nicht mehr so viel. Aktuell glaube ich. Hört der Mike mich? Ist der Mike überhaupt da? Müssen wir sein Fangrecht überhaupt vorstellen? Liegt der vielleicht mit etwas erhöhtem Alkoholkonsum unterm Tisch? Mike, was ist mit dir? Bist du da? Tuti Trotter, du hast gefragt, ob ich Samstag in Millerscheid bin. ich hatte es schon beantwortet. Ich bin am Samstag bei Tess Mallard auf dem Event. Da ist quasi das Event der Pete in Tess Mallard in Holland. Also nicht bei Millerscheid. Leider nicht. Ja, gut. Okay. Also, der Mike Brand antwortet nicht. Also unser Mike Fishing Guides ist aber nicht schlimm. Wir stellen es trotzdem vor. Der Mike hatte mich nur gefragt, ob das die Schnur ist, die ich auch habe. Und die Antwort ist, ja, das ist die Schnur, die ich auch habe. Aber bringt euch nicht viel. So. Zack. Ich mache mal eben wieder die Fotos auf hier für euch. Ihr kennt es. Was hat er jetzt hier gemacht? Jetzt hat er tatsächlich das Jetzt hat er das hier geschlossen. Das ist eine Frechheit. So, jetzt aber nochmal. So, wo ist er denn? Der Mike, da. So, zack. Jetzt nochmal separat geschoben. Ah, Tuti Truta. Mensch, das gibt es ja gar nicht. Haut nochmal ein Sub hier raus. Geschenkt einfach den Dido 90 mit einem Sub. Also, von meiner Seite Tuti Truta, vielen Dank. Von Dido 90 denke ich auch. So, ihr Lieben, jetzt ziehe ich aber noch gerade einmal ein Fenster rüber auf den anderen Monitor. einmal komplett quer rüber. Denn, wie gesagt, die Nachrichten sind ja privat, aber ich lese euch vor. Moin Max, heute mal kein Fangbericht, sondern einen Spendenbericht. Heute hatten wir Besuch von der Tafel Haburg. Tim, Jonas und ich haben 29 Kilo Forellen für Hilfsbedürftige in Hamburg gespendet. Schreibt da. Ganz feiner Zucht, Mike. Guckt sie euch an. Da sind sie alle ausgenommen, vakuumiert, tiefgefroren. So gehört sich das. Ganz, ganz feiner Zucht, Mike. Du weißt ja, dass ich schon eine Riesenmeinung von dir habe, mein Freund. Eine Riesen, Riesenmeinung. Aber, dass du da auch noch so ein großes Herz hast, dich wohltätig engagierst und Menschen unterstützt, die es vielleicht nicht so gut im Leben haben, wie man selbst, finde ich, ist ein ganz, ganz Riesenzug. Also von daher kriegst du das Herz am rechten Fleck, mein Freund. Mike, ganz großer Zug von dir. Wirklich, megamäßig. Mads Trout Area schreibt auch gerade an der Stelle, muss ich auch einfach mal sagen, wie viel Mühe oder einfach mal sagen, wie viel Mühe sich Mike für seine Guides und Fangberichte gibt. Alles freiwillig. Du hast meinen größten Respekt, schreibt der Mads Trout Area. Kann ich nur zu 100% zurückgeben. A, gigantisch, wie viel du angeln gehst, mit deinen Kids, wie sehr du sie an das Thema ranführst, wie viel Mühe du dir gibst, immer Fotos machst, einreißt, die Fangberichte schreibst. Selbst dann, obwohl du quasi angeln gegangen bist, den Fisch für dich gefangen hast und selbst das teilst du dann mit den Leuten. Verschenkst den Fisch quasi oder spendest ihn verschenken ist der falsche Ausdruck. Spendest ihn hier an der Stelle für einen guten Zweck. Das ist ganz, ganz toll. Ich weiß noch, ich habe das schon mal im Stream angerissen. Ich habe auch mal beim Back to the Roots Events mit gefischt, das erste Video bei mir auf dem YouTube-Kanal, ein Dreiteiler, glaube ich, den ich dort rausgehauen habe. Und ja, da war alles noch in den Kinderschuhen mit dem Kanal. Und da haben nach dem Event, wir haben sehr gut gefangen, mein Bruder und ich, und da hat die beiden Mädels von Angelädchen Laudin auch gefragt, ey, Leute, wollt ihr nicht irgendwie ein, zwei Fische vielleicht spenden? Wir wollen die gerne zur Tafel bringen für die Leute und so weiter. Und mein Bruder und ich haben gleich die ganze Kühltruhe, die ganze Kühlbox, alles, was wir an dem Tag gefangen haben, abgegeben, weil wir das so toll fanden. Und haben die wirklich, wir haben alleine, glaube ich, 30 Forellen von uns gekriegt an dem Tag, total krass. Wirklich gut gefangen, haben alles abgegeben, haben gesagt, hier, für so einen genialen Zweck machen wir das und auch in der Angelanlage in der Ried, nee, Brandteile, nicht in der Ried, Brandteile, da hat, da gab es auch ein Benefiz-Event, da wurde auch alles quasi, was an Fisch gefangen worden ist, wurde abgegeben, das wurde geräuchert und dann auch eben der Tafel zugeführt, der schön geräucherten Fisch, quasi nach der nach dem Orkan, der dort durch Deutschland gepfiffen ist und ich finde das eine ganz tolle Geschichte. Da habe ich mich natürlich auch für engagiert. Ja, so, aber jetzt genug von mir, was ich alles nicht hier schon für Leute getan habe, viel wichtiger ist, dass es euch gut geht, dass alles in Ordnung ist und das ist das Wichtigste. Ah, guck, jetzt kommen hier noch ein paar Fotos reingeflattert. Daher natürlich auch noch mal mit euch hier vom lieben Udo, guckt es euch an. Zack, der nächste Fisch von Udo, 3,2 Kilo, schreibt er, auch natürlich wieder bei Lachs Lasse in Burgdorf bei Lasse Ahrens. So, und hier noch einer, 5,3 Kilo. Schreibt, da guckt euch an, da ist noch ein 5,3 Kilo Brummer. Wie gesagt, alles in Deutschland gefangen. Petri da auch noch mal von mir, Udo. Hast du dir verdient, mein Freund. So ihr Lieben, ich würde aber sagen, es ist jetzt Viertel vor 10. Wir haben jetzt unsere heutige Selbsthilfegruppe um und damit würde ich euch jetzt auch in einen entspannten Rest Mittwoch entlassen. Ich denke, an der Stelle machen wir einen kleinen Cut. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich habe mir jetzt hier meine kleine Hündin, gehen auch raus mit ihr, das habe ich nämlich vor dem Stream nicht mehr geschafft, da habe ich nur noch was gegessen, weil ich heute besonders spät vor der Arbeit wieder da war. Und ja, würde sagen, lasst euch gut gehen, geht viel angeln, bleibt gesund, genießt die Tage, peitscht auf jeden Fall ein paar schicke Fische raus, teilt die gerne mit mir, schickt mir Fotos, schickt mir die Fotos gerne zu, ich teile die gerne mit euch, zeig was, ist alles kein Akt, schickt es mir zu, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Stream, nächsten Mittwoch, macht es gut, macht euch eine schöne Zeit, ich bin raus, euer Max. Dankeschön für alles, für alle Subs, alle Bits, für eure kostbare Zeit, wie gesagt, die Zeit ist das wertvollste gut überhaupt auf diesem Planeten, dass ihr sie mit mir verbringt, ist mir ganz, ganz viel wert, macht es gut, danke für alles, Leute, bis nächsten Mittwoch, macht es gut, ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.